Sprungattacke, er weicht aus und greift dann auch an, an Missy nach vorne, dann springt er auf dein Schwert und sowas, blockt ja alles. Wenn man einfach stumpf ist, ist der voll easy. Ist so. Echt so, ich war einfach mega, ja, voll stumpf, buff. Vor allem, er kommt wieder, er cutt sofort drauf. Der kommt wieder sofort drauf. Hä? Was ist das bescheuertes? Loi, Alter. Was ist das? Trägst du durchaus zum Beispiel das Feuer, der Hammer, nicht anvisieren im Schwertkampf und eine Waffe, die du noch nicht hast. Ach so. Nicht anvisieren im Schwertkampf. Also doch, aha. Ja, da habe ich schon irgendwas gesehen von wegen, wenn du ihn nicht anvisierst, macht er andere Sachen. Aber da kam ich nicht ganz zurecht, da wollte ich ihn ja stechen, da ist er trotzdem ausgewichen und so, aber ja. Faszinierend, also das mit dem Hammer ist ja dann wohl... Der Hammer! Das ist das Beste. Wie gut, hä? Ohne Anvisieren kann man einfach auf ihn loslaufen und draufhauen. Ich dachte, ich hätte das versucht. Ich dachte, er ist dann immer ausgewichen. Nun, ja, okay. Ja, cool. Ja, das war dann das. Das war jetzt echt witzig. Jetzt habe ich einfach einen Doppelhaken. Ist doppelt so lang. Lucky hat ihn mir lang gemacht. Was? Hat er ja vorhin gemeint, ne? Okay, äh... Ah, ja, gut, dann kommen wir jetzt natürlich... Ja, gut. Dann kommen wir jetzt auch dahin, wo wir hin sollen. Das war... lustig. Alter. Was würde ich noch nicht tun? Dann hätte ich jetzt keinen Doppel so lang. Enterhaken. Nun kann es weitergehen. Ja! Endlich! Hervorragend! Da hinten ist... Warum ist da hinten eigentlich... Warum ist da irgendwie eine Schooltool? Da war die vorhin schon da. Also... Ich brauche jetzt... den da wahrscheinlich. Und, äh... Ich, äh... Mach mal so, ne? Wie lang ist doppelt so lang? Das reicht schon mal. Das ist lang. Das ist sehr lang. Wo ist die... Da hinten. Die war vorhin schon da, ne? Oh, wow! Oh, wow! Wie lang ist das denn? Mh... Oh, geil! Wer ist jetzt hier? Äh, äh... Achso. Cool! Aber... Cooler Kampf. Shuttling ist cool. Echt gar ne Idee. So. Lang ist eben lang. Ja. Und lang ist gut. Guck mal. Manchmal kommt es ja doch auf die Länge an. Jetzt können wir nämlich hier rüber. Wenn wir ziehen könnten. Zack. Aha! Achso! Oh! Manchmal... Doch, richtig. Oh, ne Fee! Ja! Eigentlich ja zusammen wollen, tun, hätten, wollen, würden, hätten... Gibt's da noch eine? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Doch! Hehehe! Sehr gut! Ich hab keine Magie mehr. Wo geht's denn da jetzt hin? Hallo? Wer ist? Ja, da bräuchte ich ja den Boss-Schlüssel, ne? Ähm... Hab ich nicht. Scheiße! Da ist doch noch ein Gang. Da war doch noch was. Da war doch noch irgendwo irgendwas. Was? Also, okay. Da können wir nicht hin. Das ist, äh, Feierabend, wie das lüftet. Öh! So. Mhm. Nee, ich dusche schon wieder! Au! Egal! Der Sound fehlt irgendwie auch wieder. Wohin? Wir brauchen das Auge. Wir brauchen die Stelle mit dem Auge. Das war, glaube ich, ein tieferer Sand. Ja. Tieferer Sand, tieferer Stand. Wo war das denn? Ich find das gar nicht mehr. Wo war das denn? Hä, bin ich jetzt besoffen? Wo ist denn das mit dem Auge gewesen? Hä? Halt, ich seh das Auge ja nicht mal mehr. Äh, hä? Ist das überhaupt schon der höchste Stand? Ja. Ja, aber... War doch ein Gang mit nem Auge. Hä? Was? Hm. Da waren einfach die ganze Zeit Feen übrigens. Oh, Mann. Hätte ich ja auch die ganze Zeit ruhen können, tatsächlich. Wo ist denn... Da ist das Auge. Okay. Ich glaube, da ist der Wasserpegel zu hoch. Ich weiß nicht mal, wo ich denn... ...tun kann... ...senken. Da ist das Auge. Und... Da ist nämlich ein Haken. Ja, doch. Das ist, glaube ich, sehr richtig hier. Okay. Wie kann ich... Stimmt, da war es noch nicht lang genug. Du hast recht. Stimmt, hätte ich nicht. Ich muss jetzt irgendwo hin, wo es wieder... Wo... Wo war das denn? Das ist falsch. Tschüss. Hm. Wenn ich es jetzt nicht gleich finde, könnte ich mir das auch tatsächlich auch sagen. Guck mal. Ah, die Stelle wieder... Ich verstehe diese Stelle hier nicht. Die verstehe ich nicht. Warum mit dem Fackel... Das ging zu schnell. Okay. Okay. Ja. Ah, ja. Danke. Ja. Alles klar. Was? Dr. Fusspil? Was? Hallöchen. Herzlich willkommen. Der Fackelraum. Alles bei den Fackeln. Alles klar. Oh, Mase. Mase juckt. Da also. Hey, war ja fast richtig. Aha. Ja. Und dann hier hoch. Passt. Aha. Aha. Ah, da. Oh Gott, die Fee. Los, ich einsetzen jetzt. Und ja, speichern. Das kann man machen, ja. Cool. Dann ist unten... Ist es jetzt ganz unten? Ich glaube... Oder ich... Wir werden sehen. ... ... ... ... ... ... ... Oh, ich glaube, jetzt nicht hin. Oh, ich glaube, da muss ich... ... glaube, jetzt nicht hin. Ja, jetzt ist ganz unten. Oh, ich glaube, ich muss einfach nur hier rein. Oh, ich glaube, ich muss einfach nur hier rein. Oh. Ja, ja, kann sich ja doch festhalten. Was ist denn los bei dir? Wow! Hallo? Was ist, Mörk? Probier's aus. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, der ist extra lang. Und dann kannst du das machen. Aha. Ja, das ist toll. Oh, wow! Ich hasse dich! Geh weg! So. Zack! Okay. Hier sind keine... Hier sind keine Links erlaubt, sorry. Der ist halt zum Beispiel einfach praktisch bei irgendeinem zweideutigen Kack. Ähm... Hä? Ist das... Der Raum? Warte, hä? Kapier ich nicht. Aber wir haben einen Schlüssel. Aber nicht den Boss-Schlüssel. Warum haben wir nicht den Boss-Schlüssel? Hä? Hä? Pamley, Hallöchen! Herzlich willkommen! So, da ist... Da ist ja was! Guck mal! Wolltest du dich einfach so rausfauen. Wie viele Punkte... Hast du... Wie viele Punkte... Kanalpunkte habt ihr denn, Leute? Erzählt mal. Wäre ganz interessant. So. Leute, das war das ja wirklich... Faszinierend. Haha! Ich, ich, ich hasse dich nicht, Link. Was tust du da? Was tust du? Oh Gott, nein! Oh! 2800? Echt? Ist ja gar nicht so viel. Achso. Gut, Leck und Gegensatz zu mir. Bist du den richtigen Weg zuerst gegangen? Ja! Ich bin runtergefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. Mhm. Oh Mann! Jetzt bin ich runtergefallen! Und schon bin ich wieder weg. Ich, ich, jetzt bin ich wieder raus. Jetzt hab ich keine Ahnung mehr gerade. Runterfallen. Mhm. Super toll. Mordsgaudin. Nein. 28.000. Okay. So einfach so zum Vergleich zwecks den Kanalpunkten, den Alerts gedöhnen sind. Aber ich glaub, das passt. Oder von den... Das passt schon von den Preisen so alles. Ja, ich weiß. Du bist wieder da. Link, er steht vor dir. Das gibt's ja nicht. Äh, noch hier? Oh, wow. Ja. Mhm. Cool. Enge Kiste das. So. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt, äh, können wir da hin. Nein! Vorsicht, bitte. Hopps. Hm. Äh? Ach, das ist ja unten. Oh, das steigt sich... Es steigert sich... Es geht auch nach oben mit dem Wasser. Verstehe. Ja, gut. Äh, aha. Wir haben einen kleinen Schlüssel. Für wo eigentlich? Ich weiß gar nicht, für wo. Wo ist denn da noch ne Tür gewesen? Wo ist denn da? Wo war denn da? Hm. Da war noch ne Tür mit Stacheln? Hm, hm. Äh, aber haben wir den nicht auch schon? Ich weiß gar nicht. Da ist noch ein Gang. Da! Sind zwei Wege. Was? Was? Wir sind im dritten. Wir müssen hier den ersten. Oder? Oder so. Hä? Aha. Äh? Äh. Äh. Okay. Äh. Äh. Die Frage ist jetzt, ob ich den Wasserpegel wieder steigen lassen muss, oder nicht? Ich muss mal schauen hier. Ah. Keller steht unter Wasser. Excuse me, was ist passiert? Warum das? Ich dachte, er ist wegen Unwetter, aber mein Vater meint wegen einer auslaufenden Waschmaschine. Oh. Oh mein Gott. Na, super toll. Okay. Ja, super geil. Nicht? Cool, du gehörst jetzt auch mir. Hahaha. Doch. Da war doch noch dieser Raum mit den Spitzen. Da muss ich wahrscheinlich hin, oder? Äh. Ja, das ergibt keinen Sinn. Äh. Ich hab ja jetzt einen längeren Haken. Die Sache hat einen Haken. Ach so. Oh. Äh. Ähm. Das hat's jetzt nicht wirklich gebracht. Wieso kann ich... Hier ist nicht mal eine Tür. Hä? Wie... Was? Warum konnte ich das machen? Okay. Was ist das wieder bei den... Äh. Hm. Hm. Ist das wieder bei den... ...hier praktisch? Tob, 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 Tob. Echt so. War ja auf einmal dann, ne? War da zu einfach. Mist. Ey, das war so gut. Was war das denn? Wie geil war das? Okay, ja, äh, nee, äh, da, äh, nee. Ich hab vergessen, wo man den jetzt wieder hoch macht, Manu. Leute, wo macht man den wieder hoch? Ich muss da... Ich dachte in der Mitte des Raums, aber irgendwie ist das nicht so. Wo war das denn jetzt? Ich mag den Teppel nicht. Irgendwo easy, aber er ist doch verwirrend. Ich mag's nicht. Kacke. Ich, ich konnte... Ich kann mir nicht merken, wo die sind. Ach, wer fliegt? Huch, wo geht's? Nein, da will ich nicht hin. Ich glaube nicht. Tipp, ja, ja, klar. Hab ja grad... Ich hab... Ja. Ich hab euch gerade gefragt. Tatsächlich nicht direkt. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich muss ihn hoch machen. Höhe ist nun nicht notwendig was. Aber ich will's hoch machen. Wie ist es nicht notwendig? Okay, okay, dann haben wir das doch schon gemacht. Ja, okay, dann, äh, weiß ich jetzt trotzdem nicht weiter, lol. Hä? Das verwirrt mich jetzt nur noch mehr. Super, ich hatte jetzt voll die Idee. Nee, jetzt weiß ich aber überhaupt nicht mehr weiter. Na, ganz toll. Äh, es ist toll. Ja, jetzt weiß ich... Jetzt, jetzt, äh, ja. Das ist ne Geschichte. Hä? Äh, ist es der da? War das der Raum? Ich kann mich ja an den... Da warten wir doch noch. Nein, das ist einfach der unnötigste Raum der Welt. Äh, das ist es nicht. Kann ich sagen, wie man denn hoch... Achso. Aber das weiß ich doch schon. Man muss einfach nur blasen. Ja, auf der Ocarina. Keiner mag den Tempel. Ist so. Welche Höhe? Ich, 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 ich bin mir nicht sicher. Äh, mittlere. Ich wollte erstmal den mittleren Stand. Denke ich. Den höchsten glaubt nicht. Nee. Aber, hä? Ich, ich weiß sonst keinen Weg. Doch, ich, ich möchte trotzdem mal, glaube ich, den mittleren haben. Ist in der Mitte des Tempels. Yo. Aber, da komme ich irgendwie. Ich bin da gerade so blöd. Das zu finden, da hinzukommen. Hä? Der Höchste ist ja oben. Ja. Hä? Also, eigentlich weiß ich tendenziell, aber irgendwie... Es war doch da drin. Das war doch richtig. Aber ich komme da nicht hin. Ich verstehe es nicht. Ich habe sie übersehen. Mich besoffen. Da hinten. Ja, aber... Oder nicht. Du bist auf dem mittleren Stand. Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Da brauche ich ja doch den höchsten. Moment, die Mitte? Ja, aber dann müsste ich doch da hinkommen können, wo ich hin wollte. Was? Äh, es liegt halt vor mir. Bin ich... Bin ich... Ich bin einfach nie da hin, oder was? Nein, es liegt nicht vor mir. Was? Was ist denn das für eine Kackkarte hier? Was ist denn das? Nee, das ist richtig. Doch, ich muss da hin. Ich wollte da hin. Ist das so? Wollte ich da hin? Ich glaube, ich wollte da hin. Okay. Entschuldigung, ich bin... Ich bin durch. Ich bin immer durch. Ich glaube, ich wollte hier hin. Oh Gott. Hm. Ich habe einfach den Weg da hin gesucht. Und ich dachte, ich brauche... Ich bräuchte einen noch höheren Stand. Ja! Ja, da wollte ich hin! Ja, das ist es! Genau diese Tür. Die hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Da wollte ich hin! Ha! Gefunden! Auf Otto.de. Na also! Nein! Na also! Die hatte ich nämlich noch in Erinnerung. Dass da noch die... Der Stößel dazu gebrauchen war. Ich habe jetzt einfach nur den Kackgang nicht gefunden. Okay. Na also! Dankeschön. Okay, was ist denn das jetzt hier? Da war ja eigentlich schon alles richtig. Was ist das denn jetzt? Wieso bewegen die sich nicht? Was? Was ist das hier? Nein. Hm. Nein, 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 nein! Toll! Ach, wenigstens Was, warum tauchst du denn? Aha, ja, genau, bumst mich dahin, das ist perfekt Ja, 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 genau das Danke, tschau Meine Fresse Aha Entschuldigung, das ist doch mal raus, ne, weil, ja Okay War das richtig? Aua Mach's kaputt Oh wow, ist da hinten, da hinten ist ein Schlitz Da ist ein Riss in der Wand Aua Ach man, jetzt hier Das ist auch total toll, dass man in einer Animation einfach noch getroffen werden kann Während man ja in dem Moment überhaupt nichts tun darf Das ist absolut fantastisches Game Design An der Stelle auch Ja Das ist echt toll Lol Einfach, einfach gut erwischt So, was denn hier Äh, achso Wo sind wir eigentlich? Aha Okay Jetzt bin ich gespannt Na, das klingt ja interessant Da bin ich auch gespannt Der Wasserdanisch in der Mannschafts-Selder-Adventure habe ich lieber Ja, moin Hä, okay Und man kann es wieder zurückschieben Ich lasse es erst mal so Ich weiß noch nicht Ach Gott Ja, Rauch Wo bist du, hä? Tod In der Luft Zieh ich mir die Schuhe an Guck mal, ey Jetzt Geht das Wasser runter? Faszinierend Okay Muss ich da hinten hin? Komme ich von da? Ich glaube, ich komme von da Ja Ja Ich muss da hinten hin, ja? Oh 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 Achso Ich glaube, ich weiß Bescheid Komm mal mit Geht das? Geht das? Hm Eigentlich ja, aber irgendwie ja nicht Weil da ist ja Ja Das ist toll Da muss es doch was von der anderen Seite geben Da hinten Oder? Da muss es ja eigentlich was Was ist denn? Oh Gott Ja Passt schon Aha Achso Da kommen wir weiter Und dann kann ich den dann nämlich da hinten hinschieben Wie wäre denn die Idee? Die Lücke ist nämlich genauso breit wie der Fels Na komm mal mit Hm Du hast das recht schnell gedöst Aha Ja siehste mal Manchmal Kann ich was Das Das geht nicht Smart Ja siehste Ja Manchmal Habe ich Köpfchen Manchmal Zack Na komm schon Ich würde mal sagen Ab da vorne Hm Nett Das habe ich sofort gerafft Siehst du mal Gut was haben wir hier Achso Kann ich nicht einfach Nö Ich will mich an die Rand ziehen Das wäre es natürlich Okay pass auf Und das wird jetzt natürlich Ah ja Das ist ja merkwürdig jetzt Ach Gottchen Hey First Ride Ciao Äh Was ist denn das jetzt für Müll? Die Kolten ist gut Erzhaft Du gehörst mir Verdammt Danke Wo geht es denn da hin? Was ist denn das? Äh Okay Okay Na ja Passt schon Was ist denn da unten? Irgendein Gegner Okay Mopfel Was? Ich hasse Mopfeln Ich hasse diese Mopfeln Oh wow Ciao Kann man Da kann man hoch Aha Kleiner Schlüssel? Mist Verdammt Okay Schade Hä Das wäre ja fast richtig gewesen Dann direkt wohl scheinbar Ich brauche nur einen Schlüssel Das ist ja interessant Eine Handvoll Sand Das ist ja wieder der Raum Oh kacke So eine Scheiße Jetzt fehlt mir ein Schlüssel Oh Mann Jetzt wäre ich voll durchgekommen Aber da fehlt Oh Was? Hallo Leon Hallöchen Hä? 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 Die Truhe ist aber hinter mir laut Karte und das ist komisch Nein, fuck Scheiße Mann, fuhr und first troll und jetzt? Scheiße, nochmal, komm Äh, okay, das ergibt keinen Sinn Jeder der Truhe ist also ein Schlüssel, aber da hinten, dann muss ich ja das hier Das heißt, ich muss irgendwo hin zurück, oder was? Oh nein Oh nein Ja, ich sehe das schon, dass ich einen falschen Weg habe Das ist schon, das ist okay, ich muss woanders erstmal hin Das ist das, das habe ich jetzt schon gesehen Schade Problematisch Ops Muss ich erstmal einen anderen Weg finden Halt, stopp, warte mal, warte, 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 warte Scheiße Jetzt kann ich da nicht mehr hin, warum bin ich jetzt, verdammt Nein, ich, nein, 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 oh, fuck Ich muss nochmal drüber Ja, ja, es ist ja, ja Wo ist denn hier die Strömung, ich verstehe die Strömung nicht Ganz kurz hier nochmal drüber Okay Oh, das ist jetzt, äh, da nicht Aua Ne, jetzt ist es gar nicht, guck mal Das geht ja, das geht ja schnell Aha, verstehe, warte Ich nehme nämlich, dann probiere ich einfach das hier Haha, mache ich mir da einfach einen Punkt hin, wa Das ist es Aha Oh, lol Ich würde mal sagen, hier ist es dann Lol Zack Aha Achso Das ist praktisch Tschüss Glaube ich zumindest Ich müsste ja da oben eigentlich, oder? Eigentlich schon Warte, kam der Hell Endlich habe ich mir ein New 3DS XL gekauft Oh, wunderschön Ja, geil Ich glaub, stimmt Du wolltest sie bestellen, ne? Du hast ein Blau, oder? Blau, oder? Kann das sein? Oh, wie cool Ja, Glückwunsch Ja, Glückwunsch Ich warte ja auch noch auf was Auf das Pound PS2 Kabel, wisst ihr noch? Ist ungefähr vier Wochen her Ist immer noch nicht da Ist immer noch in Chicago, lol Das lag da jetzt drei Wochen rum Und jetzt bewegt es sich endlich weiter Fantastisch Cool Metallic schwarz Achso Da war es jemand anders Mit dem Blauen, oder? Aber voll geil Ja, nice Hm So Einmal 120 Ja, das ist gut Oh mein Gott Ach, nö Oh, ist das dämlich Neu verpackt Nicht schlecht Auf jeden Fall GD dafür Super geil Okay Also, wir sind jetzt hier Und haben nur noch drei Herzen Das ist fantastisch Nicht Auf jeden Fall Ja, alles klar Ich muss scheinbar da hin Hä? Wird schon schief gehen Äh Diese Wow Hallöchen Pipi Hi Herzlich willkommen Das müsste doch richtig sein Ich glaube So wenig Herzen Er sieht so schön aus Glaube ich dir Die sehen auch wirklich schön aus Die New 3DS Ist das jetzt richtig Das sieht falsch aus Wes Äh, ja Gucken wir einfach mal Wird schon Ne, der Weg sollte richtig sein Die, die Gegend Ach Gott Ich bin jetzt mit Cursor hier Ich finde das schon Denke ich Wo geht's denn dahin? Das ist der Drachenraum, oder? Du willst mich verarschen. Oh Gott, echt jetzt? Hier? Krass. Okay. No fucking way. Da oben ist ein Gang. Was? Wie soll ich denn da hinkommen? Da komm ich doch wieder raus. Da komm ich doch gar nicht hin. Das ergibt keinen Sinn. Da ist ja noch so ein Schlängelerweg. Ich muss... Den muss ich hier finden. Ist der im zweiten? Ist der hier? Sag mir nicht. Sag mir nicht. Du musst da oben runterfallen. Im Zwischenbossraum. Nein, Alter. Das wäre mies, weil da war nämlich noch mein Porter. Okay, aber... Weil wir würden... Wir werden da nicht hochkommen. Und der ist nicht umsonst auch hier. Du wirst von da da rein müssen und... Das ergibt... Das ist... Das ist scheiße. Du wirst wahrscheinlich von hier nicht reinkommen. Das ist ja voll Banane. Das ist ja voll Banane. Hier bist du falsch. Mhm. Toll. Fantastisch. Ist das ein Müll? Das ist toll. Das ist sehr toll. Das ist auch... Das ist toll. Präzision in diesem Spiel gibt es nicht. Ich will jetzt trotzdem da wieder hin. Weil... Weiß ich nicht. Weil ich es scheinbar liebe zu sterben. Link, du Stück Scheiße. Ganz ehrlich. Das ist so dumm. Nein, ich habe eine Fee. Ach, bumm's dich doch. Ich will sterben. Nein, das kann doch nicht sein jetzt. Toll. Ich wollte sterben eigentlich. Ich wollte eigentlich abgekürzt wieder... Ach komm, ey. Cool. Dann willst du einmal sterben, dann geht es einfach nicht. Das ist toll. Egal. Was war denn da oben nochmal? Nichts, ne? Ach, keine Ahnung. Bin grad neugierig. Was war denn da nochmal? Ach ja, genau. Ja. Ja, das ist toll. Was war das denn? Ach, das Tor ist wieder aufgegangen, ne? Ja, ganz toll. Es ist deutlich angenehm, wenn auf Pokémon-Sonne-Ultra-Sonne zu zocken, weil die alle Zeiten deutlich kürzer sind. Ja, das stimmt. Bei New 3DS sind ja ca. 4 bis 5 Sekunden irgendwas. Ja. Ja, ist so. Ja, der ist ja auch stärker. Das ist richtig. Okay. Die Fritzbox wird nicht angezeigt, dann ist die Verschlüsselung vielleicht einfach falsch. Weiß nicht. Und das ist vielleicht einfach ne Verschlüsselung, die der New 3DS nicht mehr unterstützt. Ja, das kann auch sein. Entweder ist sie zu neu oder zu alt. Musst du mal in deiner Fritzbox gucken und vielleicht anpassen. Gegebenenfalls, ja, das ist jetzt so ne Sache. Kann ich nicht mit irgendeinem Dings eigentlich wieder an Anfang des Dungeons? Ging ja nicht was. Ich will hier... Kann ich nicht einfach... Ich wollte eigentlich sterben, Mann. So ne Scheiße. Folgendes. Wie jetzt? Was? Wie? Das geht nicht mehr. Was für das geht nicht mehr? Magie? Sag mir nicht, ich brauche Magie. Das ist toll. Das kam jetzt zu spät, Lucky. Ich habe es verkackt. Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt... Oh, Mann. Jetzt habe ich mir alles zerschossen. Mann. Das ist meine... Jetzt ist mein Spot weg. Ach, komm, Alter. Ich bin. Ich muss noch nie mit meinem Motiv. Hast du das gleich früher geschrieben, könnte noch geh? Ne, alles gut. Geht das überhaupt? Geht auch gar nicht. Muss ich lernen, ne? Boah, ist der Wassertempelkrebs. Ich meine, links. Hm? Was, wo? Wo links? Ah, unten links... Links rechts? Habe ich das nicht gespielt? Muss ich trotzdem lernen. Das ist zweimal unten. Ah, Mann! Muss ich aber wahrscheinlich trotzdem lernen, oder? Muss ich lernen. Das war oben und nicht nix. Mensch! Ist mir egal. Wahrscheinlich kann ich es halt trotzdem nicht. Schätze ich. Oder? Wie heißt denn das Lied? Habe ich es denn? Kann ich es überhaupt? Wasserlied. Ist das Wassersonate? Gedöns? Echt, oder? Ah, runter rechts, rechts, links. Achso. Voll falsch, Lucky! Zum Hylia See! Ja, tschüss! Kein Bock mehr jetzt! Alles kaputt gemacht jetzt. Hm. Ich habe meinen Porter nicht mehr. Bla. Voll für den Arsch. Hm. Alle Wege nochmal, bla. Ekelhaft. Was hat Nintendo mit den Bäumen hier? Der Zwischenbossraum hatte auch einen Baum. Was ist denn mit diesen Bäumen? Was ist denn mit diesen Bäumen? Hm. Aber richtig rumgespielt. Ja, moin. Wir machen uns eine Pause. Sind ja schon vier Stunden direkt so ganz live. Wollen wir es in der Tour? Ja, nein. Aber es ist trotzdem mysteriös. Das ist... Dieser eine Baum der Tote da. Und als Zwischenboss und Tempel genau irgendwie selber auf so einer Insel. Toter Minibaum. Ganz komisch hier alles. Das ärgert mich jetzt am meisten, dass mein Spot weg ist. Kacke. Das wäre so eine schöne Abkürzung gewesen, aber nein. Nein. Magie, Alter. Oh, dann muss meine Magie leer gehen, ja. Fantastisch. Hm. Fantastisch. Ja, ja. Hab ich ja gesagt. Kurze Pause jetzt. Muss uns doch mal hier neu durchatmen. Der Tempel ist scheiße. Coole Idee. Macht keinen Spaß. Ist tatsächlich so. Macht mir jetzt auch keinen Spaß, wirklich. Er ist zu komplex oder so. Es ist nicht so cool. Ich glaube, Kumula finde ich einen Ticken schlimmer noch, aber im Moment, Wassertempel... Er ist anstrengend. Er ist komisch. Ich weiß nicht. Coole Idee. Ist jetzt nicht mein Lieblings-Dungeon. Ich meine. Und wenn du dann auch noch an einem kleinen Schlüssel vorbeirennen kannst, ist es ja noch behinderter. So, das ist ja echt was. Ich brauche mal eine Pause gerade. Und dann machen wir einfach hier nochmal. Machen wir weiter gleich. Wie lange hocken wir schon an dem Wassertempel? Überlegt mal. Im letzten Mal schon. Im letzten Stream, ja. Jetzt wieder. Alter. 4 Stunden habe ich für den Kack im Moment gebraucht. Wir sind noch nicht mal beim Boss. Ui. Das ist ein bisschen... Bah. Man übersieht Dinge... Ja. Echt so. Und wenn du dann einmal kurz verwirrt bist, dann... Hä? Wie jetzt? Wasser runter, hoch, runter. Wohin jetzt? Was ist das? Es ist sehr anstrengend. Anstrengender Tempel. Äh. 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 Das ist halt einfach... Naja. Äh. Kurze Pause auf jeden Fall. Dann sind wir gleich wieder da. Verbissen bin ich da trotzdem. Ich will den heute noch durchschaffen. Auf jeden Fall. Aber... Jetzt wollen wir Pause. So eine Scheiße einfach. Naja gut. Also. In dem Sinne. Äh. Genieß die Pause. Und bis gleich. So. Weiß nicht. Zehn Minuten. Zehn Minuten klingen gut. Oder irgendwie sowas in der Art. In dem Sinne. Äh. Bis später. Tschüss. Zahl. Zahl. Vielen Dank.